Um die unterschiedlichen Seitenverhältnisse der Bildformate an die verschiedenen Ausgabegeräte anzupassen, nutzt man unter anderem folgende Verfahren. Das Letterbox-Verfahren ist wohl das bekannteste unter den Möglichkeiten. Es wird benutzt, um auf einem 4 zu 3 TV-Gerät ein Breitwandformat darzustellen, zum Beispiel 16 zu 9. Bei Letterbox erscheinen am oberen und am unteren Rand die schwarzen Füllbalken. Der Name bezieht sich auf die Form der Öffnung von Briefkästen und ist daher leicht zu merken. Letterbox Die umgekehrte Richtung heißt Pillarbox. Hier erscheinen die Füllbalken links und rechts vom dargestellten Bild, also zum Beispiel bei der Wiedergabe von 4 zu 3 Filmen auf einem 16 zu 9 Gerät, ohne dass dabei Informationen abgeschnitten werden. Der Name verdankt seiner Herkunft ebenfalls einen Briefkasten. Er leitet sich von den in Großbritannien üblichen säulenartigen Briefkästen ab. Jetzt ahnen Sie vielleicht auch schon, warum diese Informationen in Bezug auf Ihren Videoschnitt hilfreich sind. Mit großer Sicherheit haben Sie noch analoge Videoaufzeichnungen auf Band oder TV-Aufnahmen im Archiv. Diese waren in den Anfangszeiten immer im Seitenverhältnis 4 zu 3, heute ist aber alles 16 zu 9, alle TV-Geräte und alle HD-Formate sowieso. Um Ihre alten mit den neuen Aufnahmen zu verknüpfen, müssen Sie sich in der Nachbearbeitung für einen Weg der Darstellung entscheiden. Schwarze Balken in Kauf nehmen oder vielleicht lieber in das Material hineinzoomen, denn es gibt noch ein weiteres Verfahren, das schon sehr lange benutzt wird. Mit Pen & Scan wird das Ziel verfolgt, schwarze Füllstreifen komplett zu verhindern. Dafür muss zwangsläufig in das Bild hineingezoomt werden. Sein Name hat das Verfahren vom englischen Begriff Pen für das Schwenken der Kamera. Sie können sich das so vorstellen, als würden Sie mit Hilfe eines schwenkbaren Fernglases immer nur einen bestimmten Bildausschnitt betrachten. Sie kennen das noch von vielen Filmen, die TV-Sendeanstalten für das alte 4 zu 3 Fernsehen aufbereitet haben. Da viele Zuschauer keine schwarzen Balken auf ihrem meist, doch sehr kleinen Fernsehgerät akzeptieren wollten, mussten die Anbieter alle Kinofilme entsprechend anpassen. Abgeschnittene Anfangs- und Schlusstitel waren dann auch das kleinste Übel. In Dialog 10 mit zwei Personen war oft eine Person abgeschnitten oder gar nicht mehr im Bild. Das hat sich heute grundlegend geändert, da die meisten Filme für das 16 zu 9 Format aufbereitet sind oder im Original-Seiten-Verhältnis mit schwarzen Balken gesendet werden. Kleiner Tipp am Rande, Ihr TV-Gerät, DVD oder Blu-Ray-Spieler erlaubt in der Regel die Zuschaltung von Pen & Scan, falls Sie auf die schwarzen Balken weiterhin verzichten möchten. Seien Sie sich aber darüber bewusst, dass Sie dann niemals die gleiche Filmversion sehen, die Sie im Kino erleben könnten. Und Kamerafrauen und auch Kameramänner achten bei der Aufnahme sehr genau auf die richtige Kartrierung Ihres Bildes. Pen & Scan ist aber auch eine gute Lösung, um Ihre alten 4 zu 3 Aufnahmen mit den neuen 16 zu 9 Formaten zu kombinieren. Mittels einer modernen Schnittsoftware, z.B. Elios, können Sie qualitativ hochwertig in Ihr Bild hineinzoomen und den Bildausschnitt so optimal aussuchen. Mit einer virtuellen Kamerafahrt sind sogar nachträgliche dynamische Schwenks möglich, so als hätten Sie diese mit der Hand gefilmt, ganz natürlich. Eine Besonderheit ist die bereits erwähnte anamorphe Bildaufzeichnung, wie sie z.B. beim episch breiten CinemaScope-Verfahren verwendet wird. Bei der anamorphen Aufzeichnung werden die Bilder immer in einer Dimension verzerrt aufgezeichnet. Für das korrekte Anzeigen der Bilder muss dann entsprechend eine Skalierung auf das richtige Seitenverhältnis vorgenommen werden. Sie kennen das z.B. von Film auf DVD. Da im PAL-Standard höchstens 720 Bildpunkte in der horizontalen Auflösung erlaubt sind, müssen die Bildinformationen bei Breitwandformaten zusammengestaucht werden, um nicht die schwarzen Balken mit zu kodieren. Wie dies beim Letterboxing-Verfahren der Fall ist. Gleiches gilt für die 576 vertikalen Bildzeilen, welche ebenfalls der maximalen Auflösung einer DVD in PAL entsprechen. Das normale 4 zu 3 TV-Format unterscheidet sich somit vom anamorphen 16 zu 9 TV-Format durch keinerlei technische Merkmale. Sie zeigen ein Bild lediglich in einem unterschiedlichen Seitenverhältnis an. Bei der Kodierung im Letterboxing-Verfahren würde ein Breitwandformat, sagen wir 16 zu 9, jedoch Bildinformationen verlieren. Hier würden alleine 144 Zeilen nur für die Darstellung der schwarzen Balken verwendet werden. Übrig blieben dann statt der 576 möglichen Zeilen nur 432 für das eigentliche Bild. Leider ist auch bei handelsüblichen DVDs nicht immer zu erkennen, in welchem Format der Film tatsächlich gespeichert ist. Steht auf der Verpackung nur Widescreen, so kann sowohl eine anamorphe Aufzeichnung gemeint sein, als auch Letterboxing. Wenn der Film im qualitativ hochwertigeren anamorphen Format vorliegt, entzerrt der 16 zu 9 Fernseher bei der Wiedergabe das Bild wieder auf seine ursprüngliche Breite mit voller Information. Bei der Wiedergabe an einem 4 zu 3 Fernseher hingegen staucht der DVD-Player das anamorphe Bild entsprechend der vertikalen Auflösung zusammen und füllt die freien Bereiche wieder mit schwarzen Füllbalken auf. Schauen Sie sich jetzt anamorph-codierte Filme über einen Software-Player an einem Computer an, kann es passieren, dass Sie die Person, zum Beispiel in einer Dialogszene, statt in ihrem korrekten Breitwandformat nur als in die Länge gezogene Eierköpfe sehen. Das liegt unter anderem am falschen bzw. richtigen Pixel-Seiten-Verhältnis und dieses schauen wir uns im nächsten Kapitel einmal näher an.